Hi! In diesem Video lernst du 11 der derzeit besten Smartwatches für Herren kennen, die wir miteinander vergleichen. Getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Kunden selbst. Unterteilt sind sie in drei Preisklassen. 1. Smartwatches unter 200€ 2. Smartwatches zwischen 200 und 400€ 3. Smartwatches über 400€ Ziel ist es dir eine Produktübersicht zu geben und dich bei deiner Entscheidung zu unterstützen. Im Vergleich haben wir für dich Sportuhren, Hybrid Smartwatches und auch die besten Alltagsbegleiter, die dich während des Tages unterstützen. Solltest du einen Favoriten für dich entdecken, dann findest du alle Smartwatches in der Videobeschreibung, wo du auf den passenden Link klicken kannst, um alle Details und Preise sowie Preisvergleiche zu finden. Klicke dort einfach auf den Button, um direkt zum jeweiligen Shop zu gelangen. Nach dem Intro geht's los. Wenn du eine Kategorie überspringen möchtest, findest du ein Inhaltsverzeichnis unter dem Video. Viel Spaß! Herren Smartwatches unter 200€ Nummer 1 ist die Q Garant Hybrid Smartwatch von Fossil. Ihre Vorteile Diese Herren Smartwatch von Fossil hat ein klassisches und sportives Design. Sie wurde sowohl aus blauem als auch aus silberfarbenem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein Armband aus weichem und braunem Leder. Dieses kann auf Wunsch gerne und ganz unkompliziert ausgetauscht werden. Römische silberfarbene Ziffern sorgen auf dem großen runden und blauen Zifferblatt für hervorragende Lesbarkeit. Via Bluetooth lässt sich die intelligente Watch mit dem Smartphone synchronisieren und informiert einen so über eingehende Anrufe, E-Mails, SMS und andere Nachrichten. Die Smartwatch funktioniert des Weiteren als Fernbedienung für die Kamera und die Musiksteuerung des Handys und bietet unter anderem einen Schlaf und einen Aktivitätstracker. Dieser misst die gelaufenen Schritte und die verbrauchten Kalorien. Das Fazit Diese intelligente Smartwatch ist geeignet für Männer, denen ein reduziertes Maß an smarten Funktionen reicht und die nicht auf ein klassisches Uhrendesign verzichten möchte. Nummer 2 ist die LG W7 LMW 315 Hybrid Die Vorteile Die elegante LG Watch W7 ist derzeit die einzige Smartwatch mit mechanischen Zeigern im Vollbildmodus. Sie besteht aus hochwertigem Material. Der 1,2 Zoll Bildschirm bietet sowohl eine einfache Anzeige als auch eine gut zu bedienende Touchsteuerung. Die mechanischen Zeiger machen es möglich mit Präzisionsbewegung bis zu 100 Tage zwischen den Ladevorgängen im Just Watch Modus auszukommen. Diese Smartwatch hat die neueste Version von Wear OS bei Google. Diese bietet unter anderem eine neue und proaktive Hilfe vom Google Assistenten an. Des Weiteren verfügt die LG Watch über wertvolle Tools wie z.B. einen Kompass, eine Kalibrierung, eine Stoppuhr, einen Timer, einen Höhenmesser, einen Barometer und eine sogenannte Handgelenksgeste für eine freihändige Navigation. Das Fazit Diese hochwertige Smartwatch ist geeignet für Männer, die Wert auf einen klassischen mechanischen Zeiger und ein edles Design legen. Außerdem ist sie mittlerweile für ca. 1 Drittel des Ursprungspreises erhältlich. Als Sportuhr eignet sich dieses Modell leider nicht. Nummer 3 ist die Samsung Galaxy Watch Active Das sind ihre Vorteile. Die Galaxy Watch Active von Samsung hat ein schlankes und rahmenloses Design. Die Uhr besteht aus hochwertigen Materialien wie Aluminium und das Armbad ist aus Fluor-Kautschuk, wodurch sie leicht und robust ist. Sie bietet eine lange Akkulaufzeit und viele Funktionen. Mit dieser Smartwatch kann man einfach loslegen, ohne sich mit Einstellungen auseinanderzusetzen, da sie automatisch bestimmte Bewegungsabläufe erkennt. Diese Smartwatch kann sowohl bei Regen als auch beim Schwimmen am Handgelenk bleiben. Das Fazit Diese hochwertige Smartwatch ist für Männer mit sehr aktivem Lebensstil geeignet. Dank ihren vielseitigen smarten Funktionen kannst du sowohl das persönliche Fitnessprogramm als auch den Alltag bereichern. Insgesamt eine sehr gute Sport Smartwatch. Welche Sportarten du genau tracken kannst, verrate ich dir gleich, denn es ist nicht die letzte Samsung Smartwatch im Vergleich. Nummer 4 ist die Fitbit Versa 2 Ihre Vorteile Die Versa 2 hat eine Amazon Alexa integriert. Sie ermöglicht es, Neuigkeiten und das Wetter abzufragen. Schlafenszeiterinnerungen festzulegen, das Einstellen des Weckers oder das Steuern von Smart Home Geräten wie beispielsweise Philips Hue und so weiter. Je nach Nutzungsintensität hält der Akku mindestens 4 Tage. Trackbare Sportarten mit der Fitbit App sind Laufen, Gehen, Radfahren, Spinning, Yoga, Stepper, Ellipsentrainer, Aerobic, Schwimmen, Zirkeltraining, Bootcamp, Pilates, Tennis, Kampfsport, Golf, Kickboxen, Wandern, Spinning und das Laufband. Ein Nachteil Die Uhr ist begrenzt vom Smartphone abhängig, denn das GPS Tracking erfolgt über das Smartphone. Das Fazit Insgesamt bekommst du hier eine Top Sport Smartwatch mit allen wichtigen Funktionen und äußerst guter Akkulaufzeit. Sie bewertet deinen Schlaf zwischen 1 und 100, hat ein integriertes Mikrofon mit dem du auch Nachrichten als Antwort diktieren kannst. Außerdem kannst du bis zu 300 Songs auf der Uhr speichern oder Musik auch über Spotify und Deezer abrufen. Auf jeden Fall einen Blick wert. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Da sich die Preise täglich ändern können, findest du immer die aktuellen Preise inklusive Preisvergleich auf unserer Website. Klicke dafür einfach auf deinen Favoriten in der Videobeschreibung. Herren Smartwatches zwischen 200 und 400 Euro Nummer 1 dieser Preisklasse ist die Samsung Galaxy Watch. Ihre Vorteile Diese Galaxy Watch hat ein zeitloses und elegantes Design mit rundem Zifferblatt und ist aus einem robusten Edelstahlgehäuse. Einen hohen Tragekomfort bietet das Silikonarmband, das bei Bedarf ganz leicht getauscht werden kann. Die Akkulaufzeit der Smartwatch kann bis zu 7 Tage erreichen. Sie zeichnet Trainings und Schlafphasen automatisch auf. Sie wurde Testsieger bei verschiedenen Smartwatch Tests. Sie hat über 650 5 Sterne Bewertungen auf Amazon. Es sind sehr viele Sportarten zum Tracken verfügbar. Dazu gleich mehr. Das Fazit Diese besondere Smartwatch hilft nicht nur beim Erreichen von Fitnesszielen. Sie verfügt auch über diverse Tools und eignet sich gut für Männer mit einem aktiven Lebensstil. Außerdem kannst du zwischen sehr vielen Designs wechseln und die Uhr jeder Situation anpassen. Nummer 2 ist die Samsung Galaxy Watch Active 2 Die Vorteile Sieben typische Aktivitäten werden automatisch erkannt. Dazu kommt ein Laufcoach, welcher Trainingstipps in Echtzeit gibt. Es gibt eine LTE Version, die es ermöglicht ohne Smartphone in der Nähe in Verbindung zu bleiben. Sie hat mit 26 Gramm ein sehr geringes Gewicht. Es gibt viele verschiedene Uhrendesigns zum Herunterladen, z.B. Tommy Hilfiger etc. Die Nachteile Einige bemängeln einen langsamen Datenaustausch im Fitnessbereich zwischen Smartphone und der Uhr. Das Fazit Eine schöne und sehr leichte Uhr für alle Sportler. Sie kann selbstständig die Aktivitäten erkennen und gibt in Echtzeit Tipps, wie das Training verbessert werden kann. Es gibt viele tolle Funktionen, wie das Fitness-Tracking, die Pulsmessung, das Stress-Tracking, das Erfassen der Schlafphasen und vieles mehr. Jetzt möchte ich dir kurz alle Sportarten alphabetisch in Form von Screenshots der Samsung Health Windows App aufzeigen, die du mit der Samsung Galaxy Watch, der Galaxy Watch Active und der Galaxy Watch Active 2 tracken kannst. Ich hoffe die Geschwindigkeit passt. Das sind die Standardeinstellungen, du kannst aber wesentlich mehr Trainings hinzufügen. Nummer 3 ist die Fossil Q-Explorist FTW 4016. Die Vorteile Die Q-Explorist von Fossil hat ein schönes Retro-Design und kann dank wechselbaren Bändern und individuell einstellbaren Ziffernblättern beliebig an jeden Look angepasst werden. Anrufe, Nachrichten, Musik, Aktivitäts-Tracking, Wecker und noch viele andere Tools lassen sich leicht über den Touchscreen-Display bedienen. Dank Mikrofon kann die Watch auch über den Sprachbefehl genutzt werden. Insgesamt bietet die Uhr eine Akkulaufzeit von ca. 24 Stunden. Sie ist kompatibel mit der Google Fit App. Die auswählbaren Sportarten zeige ich dir gleich. Das Fazit Diese Herren-Smartwatch ist geeignet für jeden modernen und digitalen Mann, der zu jedem Look die passende Uhr haben möchte. Sie besitzt alle wichtigen smarten Funktionen bis auf das Schlaftracking. Wie eben erwähnt zeige ich dir jetzt noch die messbaren Sportarten, die mit der Google Fit App möglich sind. Regie, Musik bitte. Musik 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 Nummer 4 ist die Emporio Armani Art 5011 Smartwatch. Die Vorteile Die Emporio Armani Smartwatch verbindet elegantes Design mit smarter Technik. Sie ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein individuell einstellbares Zifferblatt, das so ganz einfach jedem Look angepasst werden kann. Die Smartwatch wird mit Wear OS bei Google betrieben und ist sowohl mit iOS als auch mit Android Smartphones kompatibel. Über Apps können sowohl Aktivität, die Herzfrequenz oder auch die Musikwiedergabe gesteuert werden. Das Fazit Die hochqualitative Marken Smartwatch eignet sich gut für den eleganten Businessmann. Die letzte Uhr dieser Preisklasse ist die Garmin 4Runner 245. Das sind ihre Vorteile. Läuferisch bereitet sich der 4Runner 245 auf das nächste Level vor. Das Training wird dank PhysioCheck jeden Tag effektiv verbessert. Die Garmin weiß sogar, ob dein Körper lieber noch ruhen sollte oder schon wieder bereit für das nächste Training ist. Die Herzfrequenz wird überwacht. Die Ziele können dank individuellen Trainingsplänen und dem persönlichen Laufcoach verbessert und umgesetzt werden. Die Technik kann ganz einfach mit der Laufanalyse verfeinert werden. Mit der Uhr können Laufeffizienzdaten wie Bodenkontaktzeiten, Schrittfrequenzen, Schrittlängen, die Balance und vieles mehr gemessen werden. Dank Smart Notifications bleibt man unterwegs immer in Verbindung und kann bequem SMS, Nachrichten und E-Mails empfangen oder sieht die neuesten Social Media Updates. Die Sicherheits- und Trackingfunktion macht es möglich problemlos deine Position mit Kontakten zu teilen, solltest du mal Hilfe benötigen. Die Unfallbenachrichtigung kann sowohl automatisch als auch manuell genutzt werden. Das Fazit Der Garmin 4Runner 245 ist eine perfekte GPS-Laufuhr für den hochmotivierten Mann. Die unterschiedlichen Tools machen das Training erst vielseitig und perfekt. Wirklich liebe Läufer, schaut euch die Uhr an! Weitere trackbare Sportarten sind hier Krafttraining, Radfahren, Rudergerät, Laufband, Crosstrainer, Stepper, Yoga und Schwimmen. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Ich hoffe du erkennst alles, ansonsten wie eben schon erwähnt gibt es alle Details, Preise, und Preisvergleiche in der Videobeschreibung. Pausiere gerne das Video, wenn du dir die Liste in Ruhe anschauen willst. Herren Smartwatches über 400 Euro Nummer 1 ist nur für Apple Nutzer interessant. Solltest du ein Android Smartphone nutzen ist diese Uhr leider nicht kompatibel. Es ist die neue Apple Watch Series 5. Ihre Vorteile Die Herzfrequenz wird mit einer EKG App verfolgt. Dafür ist die Smartwatch mit optischen und elektrischen Herzsensoren ausgestattet. Es gibt eine Höhenmeterangabe, einen Notruf und eine Sturzerkennung. Außerdem verfügt die Uhr über GPS. Über 50 Millionen Lieblingslieder, Podcasts und Hörbücher können einfach gestreamt werden. Du kannst dir Ziele für fast jede Sportart setzen und über die Uhr verfolgen und tracken. Das Fazit So eine Smartwatch gab es noch nie. Sie ist dank der vielen tollen und unterschiedlichen Funktionen perfekt für jeden Mann geeignet. Ob Profisportler oder Business Typ. Und sie verfügt über hunderte Zifferblätter und unendlich viele Möglichkeiten sie zu personalisieren. Die letzte Smartwatch im Vergleich ist die Garmin Fenix 6X Pro. Das sind ihre Vorteile. Sie bietet ein robustes, stilvolles, sportliches und edles Design und verfügt über eine sagenhafte Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Die im Akkusparmodus sogar bis auf 80 Tage verlängert werden kann. Sie beherrscht ein intelligentes Kennenlernen. Die Uhr merkt sich dein Aktivitätsverhalten und passt deine Ziele an. Die Garmin Fenix 6X Pro bietet als Zusatz Musikstreaming, WLAN und vorinstallierte Karten von Europa, Golfplätzen und Skiorten an. Hier siehst du alle trackbaren Sportarten. Insgesamt ist diese sagenhafte und einzigartige Uhr wirklich für jeden Typ Mann geeignet und der perfekte digitale Lebensbegleiter. Dank der vielen vorinstallierten Sport-Apps kann man mit dem perfekt abgestimmten und professionell überwachten Training sofort loslegen. Gerade Golfer sollten sich diese Uhr genauer anschauen. Hier siehst du die letzte Vergleichstabelle. Pausiere auch gerne hier das Video, wenn du sie genauer anschauen möchtest. Wenn sie dir zu klein ist, gibt es alle Vergleichstabellen auch nochmal auf dem ersten Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und falls du mehr solcher Vergleiche sehen möchtest, abonniere gerne jetzt kostenlos den Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Auswahl deiner neuen Smartwatch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.